Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Smite! Ich bin Mr. Cutter, für euer Let's Play Neskaninchen und wer dabei ist Fosfolie! Und Paulinchen! Und ich spiele in 3 gegen 3! Ja! Ja! Ich mag es! Ich mag es! Ja, ist okay, der Herr! Boah, hier müssen wir nicht so aggressiv sein! Doch, doch, doch! So, all will sein! Könnten wir uns vorstellen, dass wir ganken, ne? Irgendwie? Ah, Quatsch! Letztens hat einer geschrieben, dass der Name sagt ja auch genau, was man mit ihm eigentlich machen muss. Und zwar, A-PUSH! Man muss pushen! Und zu was gehört dann das A? Es ist das, was man dann hört, wenn... ach, was weiß ich... Ja! Richtig aus! Ich hätte so... Nee! Guck mal, da ist schon wer! Ey, hat der jetzt echt unseren Buff geklaut? Nö, wir hätten nur geguckt, ob wir hier sind. Ja, schon mal! Der Typ kommt rangejamt! Ich sag's nur! Das ist ein Loki übrigens im Rekker. Autsch! Autsch! Autschi! Autschi wow! Ich renne mal in ihre Richtung! Tschüüüü! Wir haben den Red Buff? Ja Hast du grad wir oder die gesagt? Die! Oh! Das wäre doch los! Kommst du weg? Ich bin überhaupt nicht tot oder so! Das ist krass, wenn ich so weiter... Cool! Das sind die reinen Pro-Tactics, ja. Invaden lassen und dann zu den Minion sterben. Ja, das ist cool. Aber mir hört der nie immer zu. Nee. Tut mir leid. Ich hab auch gar nicht geguckt, was die eigentlich als Grötter haben. Es ist... Ja, ja, du bist toll. Es ist... Oh, so ein Ez-Gott! Oh, der... Der Rushten... Wie ist es? Gemma Isolation? Das wär immer geil. Oder den... Ja doch. Nee, Gemma... Warlock's Flash könnte auch sein. Naja. Nomnom. Oh Gott! Oh Gott, wie schön, halbtot. Hey! Yeah! Ich glaub der spinnt. Ich muss leider mal zurück. Viel Spaß. Werde ich haben. Das Voice-Pack von ihr ist auch ziemlich cool. Container? Ja. Ja, stimmt. Okay. Ich hoffe, dass es demnächst mal in... Oder hab ich das? Nein. Ähm... Dass das demnächst mal in... Sail ist. Ja, das stimmt. Dass ich mir das holen kann. Loki ist entweder irgendwo links oder hat gerade verkackt mich vom... Er hat verkackt. Gut. Ist in der Mitte. Ich bin beides recht. Ah, der hat eine Haarzieger, das ist natürlich doof. Ja... regelmäßig sterben. Aber wenn er stirbt, ist das ja egal. Ja. Ja. Oh Gott. Schade. Du hättest Schild noch auszulösen können. Du hättest Schild noch auszulösen können. Oh, easy ult. Schon? Krass. Dann ist schon. Na gut, bei Ulla ist das noch sehr wichtig. Mit der Ulla. Ne. Haha, sauber. Oh Gott. Ah, Kenny nochmal. Ich geh nach der Lane und drohe mein Frontlet. Viel Spaß. Wenn du den Apache kriegst, sollte er tot sein. Ah, da muss man mal ein bisschen rauskommen. War das so ne gute Idee, Uli? Vorsicht. Ja, Loki. Ja, Loki. Au. Boah, die sah slow. Boah, das ist ja echt eklig. Sehr schönen Gem. Ja. Ich würd... Ich kann ja mal... Ne, noch nicht. Aber ich kauf mir dann zur nächsten Ult. Ähm... Heavenly. Willst du dann Warts mitnehmen? Der Loki macht mir irgendwie Angst. Nein. Na gut, mein Fehling. Fällig momentan für Warts. Ah, mir noch die Katze. Die Winkelkatze? Die... Die Cat in the Box. Ach so. Oh Gott, I... Es gibt noch neue Katze? Ne, ich dachte... Es gab doch mal ne Winkelkatze, glaub ich, oder? Der Loki hat übrigens keine Mana mehr. Nein, es gibt keinen Winkelkatze. Dann hab ich die hier. Warte. Dann platzieren wir die mal hier. Du du du. Da. Oh, so die. Das ist total niedlich. So ein Heavenly Eagility wär dann schon irgendwie toll, ne? Ja, ich bin schon dabei, das zu bauen. Oh, das ist toll. Da ist ja alles. Ey, Odi. Ey, Loki. BAM. Ja, tu nur für ne Action, aber du... Schade. Schöne Träume. Will er sich da echt verstecken. Kann er jetzt noch nicht reinschalten. Genau so. Bleib schön, wenn er mein Freund. Wehe Loki, wehe Loki. Schade. Fast tot, der Loki. Kommst du weg? Alles gut, der stirbt noch fast. Das wärs doch mal. Der Loki ist fast tot gewesen, der hat noch zwei Lebewesen gehabt. Wenn du reinjumpen kannst. Das ist den falschen. Ja. Wo ist denn die Loki hin? Der ist abgekommen. Achso, sorry, du steckst ja. Ja, da ist Loki. Der will mich. Du auch nicht. Oder der wollte mich und hat sich gemügt. Das geht auch. So, jetzt hab ich den Heavenly. So, mehr damage. Schade. Ja, macht nichts. Ich hab jetzt... Die Loki muss langsam mal sterben. Ja. Ja. Ein bisschen. Oh Gott, ich glaub der wird springen. Ja, der wird auf jeden Fall gleich wieder hüpfen. Mensch. Cutter 4 ey. Ich hab grad mal ein neues Deck. Was ist denn, ich mach doch gar nix. Kommt, der Loki wird abhauen. So weit wir hier raus sind. So weit wir hier raus sind. So weit wir hier raus sind. Ne, brauchen wir nicht. Das ist schon mal gut. Zwei Olds weg. Okay. Okay. At least pretend... Nochmal meinen Attack Speed werfen. Obwohl, ne. Noch nicht. Oh Gott, macht der Schaden. Oh, ich glaub der möchte sterben. Na ja, der ist nämlich ja... Nein, hallo. Oh, Loki, keine Ahnung, wir können ran gehen hier. Oh nein, 18 Damage. Nein! Ey, das kann ja jetzt nicht sein, dass der nicht gestorben ist, ne? Tja. Tradeus. Nein! Loki, lass mich in Ruhe. Oh verdammt. Zu, zu gierig. Aber du hast ihn noch gekriegt. Sehr gut. Ja, passt schon, ne? Guter Trait, guter Trait. Dreimal gestorben? Ja, was wir sind. Der Loki hat nie mal da, ne? Ne, nicht wirklich. Aber noch kein Jodons. Aber du musst sterben. So. Wo sterbe ich denn so viel? Tja. In der Ahnung. Wo du schlecht bist? Ich werd mal ein bisschen Gold. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hör mal den Blubuff. Ich hör mal den Blubuff. Kommst du klar, Katafi? Katafi anwollt nicht, er ist hochkonzentriert. Doch. Ja, ich hab ja ja gesagt. Man kann das Teamspeak das nicht angenommen. Wohl! Guckst du dir die Aufnahme an. Ja, ja. Genau, das hab ich gesagt. Genau das waren meine Worte. Gut erkannt. Ach Gott, Katafi. Sei einfach ruhig. Nein. Nein. Oh. Oh, sauber. Ah, das ist schön ausgekontert. Lass mich mal in Ruhe, danke. Aufheben hier. Lalalala. Das war ne dumme Idee. Ich komme. Nein, Halt, Stopp. Nein, Halt, Stopp. Nein, Halt, Stopp. Nein, Halt, Stopp. Nein, guten... Ah. Jawoll. Easy low. Alles nicht. Nein. Nein. Oh, we got the double kill. Oh. Und Trapi. Verdammt. Mein Trapi ey. Ja, meine Schuld. Es war meine Schuld. Genau. Ich war als letzter tot. Das ist echt. Ja. Und? Wollte ich nicht mehr gesagt haben? Ist der auf die Support wäre, denke ich. Pst. Gar nicht stemmen sollen. Pst. Luki mit nem Shield of the Underworld? Aha. Ja, ich hab auch keine Ahnung, was der da macht. Ähm... Die sind übrigens gerade zum Redbuff auf der linken Seite gelaufen. Gehen wir mal hin, ne? Hallo, Loki. Ja, holt mich. Natürlich. Natürlich. Slay nach oben. Achtung, Loki. I'm coming. Bleib hier, bleib hier. Now you see me? Ey, now you don't. Over here. Wie kann das sein, dass es uns als die Topkets hat? Ja, weil ich halt gut bin. Ja. Ich hab aber genauso viele. Bam. Was hat Thaddeus? So, ich komme. Ja, das war jetzt nicht so. Komm. Boah, warum sterbe ich so viel? Fähne ich nicht. Oh Gott, du darfst jetzt nicht sterben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Odin, der möchte das wissen, ne? Ne! Nein! Nein! Sie, nein! Ne! Ja, sie hat auch ein. Wird mich verarschen. Was hat der? Hat auch ein Heavengear gemacht. Arschloch. Der Prach ist auch gerade da langgelaufen. Ja, sie hat auch ein. Wird mich verarschen. Aber ich geh halt Leben auffüllen und dann komm ich wieder. Scheiß Odin. Er hat sich jetzt echt ein Magis geholt, die Schlampe. Magis? Magis Blessing. Oh, ich bin zu Ulten! Meine Winge, ich hol mir eine Aegis. Schade. Schlimm. Der Beat benutzt. Ich bin nuns. Achtung, okay! Oh Gott! Warte! Er macht ja nicht. Egal. Was machst du noch für eine Suicide Mission? Sag mal! Ich dachte du bist hinter mir! Nein, ich bin doch nicht behindert! Ich bin doch nicht. Ich renne dir doch nicht in den Tower hinterher. Warum nicht? Sag mal. Was war ich doch da? Ja, aber das... Was nützt dir das denn in den Tank? Ich hätte nicht... Ich hätte... Der Loki wäre tot gewesen. Ja, wer? Hättest du ihn tot? Wer... Hab ich? Wärst du mitgekommen? Wär er tot. Tja. Taddeus. Nein, halt! Stopp! Boom! Oh man, der hat's echt auf dich abgesehen, der Loki. Au. 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 Wer hat denn da denn? Hä? Wo kamen denn die Blitze her? Das ist von dem Schiedel auf die Underworld. Hoop! Ich konnte nicht, Aegis! Oh, natürlich! Boah, das kann ja wohl nicht wahr sein! Nee, nee, wir geben das noch. Nee! 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 Nee, ich... Nein, Spiel, wir gewinnen jetzt! Gib mir Geld! Hm? Ja, ja, ja. Bin hier mal gespannt. Wie war das Gewinn? Nein, halt! Das End! Mensch, ich gebe... Bläh! Beginnt beim Phoenix. Da ist noch nichts passiert, die haben noch nicht mal wirklich Schaden auf unseren Tower gemacht. Stimmt. Ich geh mal... alle Attack-Speed-Boss muchen. Die Hand ist weg! Wo bin ich gekommen? Zu mir? Nee, zu mir. Weil nervig wie ein Stück Scheiße ist. Kann ich mich mal eben? Oh ja, macht das. Ja, voll live! Okay, let's go! Luki ist an der Seite des Links. Was ist das denn? Ist äh... Es ist äh... ... die Set Mission. Äh, Luki, hold down! Selbst dann kriegst du den Kill! Ich glaub das ist nicht so. Drei rein für dein Lastkerb! Wurde! Schwägt wird das? Ich weiß es nicht. Ich mach das mal Antipack aus. Ja. Ja, natürlich. Wohin ist auch Sext. Tut mir leid. Ich bin ja nie welch! A pity. Aber der Kessler hat eben kein Essen sein müssen. Ja. Ja, es passiert was in diesem Spiel. Yay, der erste Tower ist weg. Loki kommt. Lokis Unsicht-Bubble. Der will ich. Ganz easy. Brauch'nicht. Wir machen's mal auf zu chasen. Arsch. Der Loki kommt zu dir. Ach, gut. Aber der Odin kommt ja auch noch. W-W-Wat gehst du da hin? Du bist fast tot! Bleib doch hier! Bin ich tot. Was denn? Ich leb doch noch! Okay, solange du noch lebst. Weißt du wie viel? Ich bin noch nicht mehr tot. Okay, Odin. Ja. 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 Ach da hin. Ja. Also wenn du den Kid auch noch kriegst. Schaff'n. Der Loki regt mich grad ein bisschen auf. Nur so minimal. Wut ist groß. Ein wenig. Hexer-G. Oh, no way. Den Gamma ist gleich ein Triple. Ne, ich mach' den Panther. Mach' den Panther. Ja, klar. Ich hab' schon mal'n Hexer gemacht, ja. Ja, ich weiß. Ja, natürlich. Und da gibt's ein Video von... Ja. Ja. So. Ein sehr, ähm, emotionsgeladenes Video. Ja. Und da ist... Ich sterbe mich noch. Sorry. Ja. Was hast du gesagt? Nix. Ja, schiefen gekommen. Oh, Alter. Kekst du den? Nope, er hat cheated. Ja, du hast ihn. Bitte ihn. Bitte, tschüss ihn. Eine Brache! Kriege ich nicht. Kriege ich nicht. Der... Ah, Prach hat zu viel Slow. Dann ist ein Leichen weg hier. Mein Gott, dafür gibt's Friedhöfe. Echt, ey. Können wir jetzt mal kurz gucken wegen dem Bass, dass wir vielleicht auch mal welche kriegen. Der Red Buff müsste noch da sein. Ah, ja. Ah, in Mifor Loki tötet mich. Soll ich noch ein bisschen Geld verdorben? Easy Aegis, Easy Life! Oder? Leck mich Loki, leck mich Loki, leck Loki, leck mich Loki, leck mich Loki, leck mich Loki. Hummel. Oh Gott, der will dich so dringend. Der Red Buff fliegt? Ne, ich sag, ich kann's hier nicht hin. Dann nehm ich ihn. Ja, geh mal weg, Junge, chill doch! Ich renne noch rein. Erfolgst du ihn jetzt? Nein. Ich hab meine Meinung erinnert. Lauf, lauf, lauf. Ja. Das war der Lauf nicht. 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 Wieso ich denn vor dem Wegrennen? Live-Steal nicht wegrennen. Das war nicht zum Live-Steal nennen. Natürlich, da waren Loki und ner Porsche. Uli ist übrigens raus. Ja. Die Schnauze ist toll. Weiß, dass wir gewinnen werden. Ja. Komm, bringt sowieso nichts. Ja. Ich mein, das ist ja nur echt... Obwies. Du könnt eigentlich schon zu rändern. Ah. Ja. Das ist aber echt nett von dir, dass du meinen BUFF machst. Ja, so bin ich. Und ich werd auch genau so lange brauchen, bis du da bist. So er liegt. Du BUFF tot. Weit, Loki geht's. Black Dorn. Kann gut sein. Loki kann das ja sehr gut. Ach. Decoy beim Phönix. No shit, Sherlock. Vor allem, weil er nicht da ist. Doch, der steht da an der Seite. Ja. Der macht ihn nur nichtryk. Er tut mir. Weit ne, zehn sekunden. Zehn sekunden sollte man warten. Da liegt übrigens der Dornepunkt. Ich hab den Blue. Nom nom. Geiles Decoy. I will shoot you down. My bow will be my guide. Du kommst frei, louder. Ja! 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 Jetzt zu töten! Kein Damage mehr! Sollte zumindest schon mal ein paar Sekunde haben! Livesteal! 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 Treff! Triff Imperativ mit I! Ist gut! Und ich sterb natürlich trotzdem! Ist gut Katafi, ich liebe das! Ich hab's dir schon mal gesagt! Imperativ mit I! Ich weiß! Katafi, du bist kein Lehrer, ja? Na und? Das ist Allgemeinbildung! Okay. Ist okay, ja! Imperativ mit I! Ist Allgemeinbildung! Ist ähnlich mit wie und als, ja? Das lass ich ja gar nicht mehr drauf! Wenigstens sagt er nicht 1x10! Das stimmt! 1x10 ist auch schlimm! Das sag ich manchmal aus Versehen! Können wir mal schnell den Phoenix da weg machen? Klar doch! Warum nicht! Wenn die oben flamm ist mir das zu egal am Ende! Hallo! Wollen wir mal deinen Shield da weg? Ach, verdammt, ist er wieder! Egal, der ist unterlevelt fast! Genau! Nicht wirklich! Nein, nicht wirklich! Oh hey, Loki! Was geht's, was du mich ultest? Es gesloat! Wow, das ist ein Kill! Pfff! Wirklich! Sag einfach gar nichts! Töt' ihn! Sehr gut! Nutze deinen Lifestil, den du nicht hasst in dem Ring! Nutze deinen Lifestil, den du in seiner Welt nicht hasst! Dankeschön für diesen... ...wunderbaren Tipp, ey! Sehr gerne! Mach halt mal den Phoenix! Tschüss, danke! Hm, glaub ich würd nichts! Okay, renn! Bei doch, könnte sein! Nein, nein, nein! Ich glaub es wär besser, wenn du weggehst! Kann ich ihn aber auch nicht töten! Vielleicht tötest du ihn ja noch! Okay, geh hin! Aber ich geh wieder! Okay, dann halt nicht! Oh, jetzt wird's gerade so lang... Sogar lustig! Nein, ich geh jetzt, so! Was nehmen wir denn jetzt noch, ähm... Party-Fuhr? Ach, was soll ich mir jetzt noch? Ja, was nehm ich denn noch? Hab keine Ahnung! Wobei, der Luke ist sowieso ja noch nicht, also, brauch ich eigentlich nicht! Deswegen, ja! Nee, ich mein, ich glaub auf mir jetzt noch... Ich... Ich... Glaube... Du könntest ja grad mal Beats mitnehmen, wenn du schon mal dabei bist, ne? Einmal ein bisschen Geld... Ich brauch keine Beats... What? Mensch... Oh, ich hab's Beats gesagt! Ja, aber... Wir brauchen das vielleicht! Ich mein... Der Arme-Faus wird dann dauernd... Wir... What?! Du hast Beats davor gesagt! Zwei sind hier an der Mitte? Ja, da ist es hier! Tu Angst! Ich geh mal ganz kurz abholen, den Magis! Ja, mach mal! Er meint, die hätten's mir nicht lassen! Hey, Luke, urd mich! Oh, schade! Und der mich halt, ne? Was?! Er hat nicht mich geultet? Ja, der hat mich geultet! Ja, der hat mich geultet! Nein! Alter, der springt ja echt hinterher! Ja, der ist... Fuckin' greedy! Yay! Awesome! Get juked! So... Good ol' magical pot! Let's go! Hey, ich bin nicht am meisten gestorben! Woah! Woah, yeah! Elfmal gereckt! Oh Gott! Ohohohohohohohoho! Schön! Die Sache war ja schon ganz WEifter ganz eklig! Krント Eventually! pushed, 왜 so goodbye! Boah! Alles klar! Diese Dichrutschkacke mit dem Slow! Ja, sieh, das ist wirklich ekelhaft! Wir müssten einen Phoenix erkennen. Der hat keine Beats. Können sie austesten. Au. Ich hab ihn mal kurz. Ich glaube wir sollten wieder zurück gehen. Odin ist auch da. Der würde hier einfach reinjumpen wie ein Großer. Reinjumpen? Wozu? Ja, ich bin ein bisschen tot. Okay. Oder kann ich das anders machen? Weil meine Odin ist... Kann der mal aufhören mich zu chasen bitte? Nö. Gott. Sehr spannend aus gerade. Oh Gott. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass der Loki mich... Okay. Ja. Ah, au. Nein. Tja. Ich würde sagen, das war's. Ja. Na wobei, warte mal. Ich bin lächelndweise genau am Leben. Mensch, dann sei doch mal nicht so passiv hier immer. Erstmal ein paar Katzen zur... Passiv? Ja und zu... Mir fällt gerade das Gegenteil von optimistisch nicht ein. Pessimistisch? Ja genau, dankeschön. Tja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüdelü. Tschü. Pessimist... Tja. 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 Vielen Dank.